Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Auch heute packen wir wieder eine Z-Box von Xavi aus. Die Box für Geeks, also die Mystery Box made for Geeks. Ein Haufen geiler Scheiß, möchte man fast sagen, für Fans des etwas anderen. Also Computerspiele, Filme, Fanstuff eben. Aber ihr wisst ja sowieso, was euch hier erwartet. Was ihr nicht wisst, ist was drin ist und deswegen packen wir die Z-Box des Monats August aus. Und die trägt diesen Monat das Motto Combat. So, so kommt die Box zu euch nach Hause. Wie ihr die Box bekommt, erfahrt ihr unten in der Infobox. Da könnt ihr dann direkt eine Box zu euch nach Hause bestellen oder ihr bestellt gleich mehrere Boxen. Das ist dann etwas preiswerter. So, wir packen sie aus. Ich versuche es ein bisschen geheimnisvoll zu machen. Also, ich gucke jetzt schon mal, was drin ist. Und ihr müsst euch leider noch gedulden. Wir machen es spannend. So, und was haben wir? Oh, so tolle Sachen. So, und jetzt packen wir sie aus. Erstmal dieser wunderschöne Papierbeutel von Zello Select. Der sorgt dafür, dass an die Sachen, die hier drin liegen, nichts drankommt. Quatsch. Der ist da natürlich drin, aber das ist irrelevant. So, fangen wir mal an. Als erstes haben wir hier einen kleinen Mega Man. Der hat wahrscheinlich auch schon lange bei denen im Regal gelegen. Auf jeden Fall ist der ziemlich verstaubt. So schaut die Box von außen aus. Mega Man. So, Capcom. Und wie das Ganze von innen aussieht, das ist die Mini Series. Steht hier drauf. Mega Man Mini Series. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt auch von Kid Robot. Capcom Kid Robot. For ages 15 and up. Also, das Spielzeug hier ist für Leute über 15 Jahren. Tja, ich hoffe, dass hier jetzt nicht irgendwas schmutziges drin ist. Ah, ne, dann wäre es ja ab 18 und nicht ab 15. So, also dieser Kleber hier, der bringt eigentlich gar nichts, weil es ist auch nochmal in sich verklebt hier. Was soll das denn? Also, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, aber gut. So ist es halt. Wir packen es mal. Eigentlich ein echter Sammler würde das jetzt nicht machen. Der würde das nicht auspacken. Der würde das da drin lassen. Aber, dann wissen wir ja gar nicht, was überhaupt drin ist. Hier drin ist ein Glückskeks. Ein Glückskeks. Der ist nochmal extra verpackt. Also, ich nehme an, dass es sich hierbei um eine Art Sammlung handelt, wo man vorher eben nicht weiß, was man bekommt. Das kennt man ja. Da gibt es ja einige. Ich schneide also auch diesen Beutel auf. Und hier drin haben wir einen Mega Man. So. So schaut der kleine Kamerad aus. Unten drunter haben wir dann auch noch den Hinweis Capcom. Ja, schön. Warum ab 15, weiß ich jetzt nicht. Die Arme lassen sich bewegen. Ja, dem kann man hier auch was in die Hand geben, so wie es ausschaut. Und den Kopf, den kann man auch drehen. Mega Man! So, weiter geht es mit einem Captain America Civil War Figürchen. Und zwar dem Iron Man. Das ist die Nummer 112. Hier auf der Seite sehen wir auch nochmal, welche Figuren es noch gibt. Hier können wir ihn von hinten sehen. Der Iron Man. Das ist von Dorbz. Dorbz. Und erstaunlicherweise ist dieses Figürchen, diese Sammelfigur schon ab drei Jahren freigegeben. Auch hier, wieder verpackt, packe ich aus. Das ist, wie, was steht hier drauf? Vinyl Sugar. Aber ich nehme an, auch wenn Vinyl Sugar, ja, das ist nicht zum Verzehr geeignet. Hier ist er, der Iron Man. Wow, der ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Der scheint auch... Nein, der ist nicht aus Metall. Aber er hat ein schönes Metall Finish. Schaut also sehr mit Tallen aus. Hier kann man... Doch, den Kopf kann man auch drehen, komplett. Und knack ist er ab. Sehr schön gearbeitet, finde ich. Der Iron Man. So, dann haben wir noch eine Dorbz-Figur. Und zwar den Hulk aus dem Film Thor Ragnarök. Das ist Thor 3. Der hieß bei uns Tag der Entscheidung, warum auch immer. Hier auf der Seite sehen wir wieder, welche Figuren es noch gibt. Der Hulk aus dem Film Thor Ragnarök. Thor 3, Tag der Entscheidung. Auch hier freigegeben ab 3 Jahren. Beziehungsweise freigegeben ab 3 Jahren ist falsch. Sondern unter 3 soll man damit nicht spielen. Wahrscheinlich wegen den verschluckbaren Kleinteilen, wie es so schön heißt. Hierbei handelt es sich übrigens, wie wir hier sehen, um ein exklusives Produkt. Auch sehr cool. Der Hulk. Sieht auch wirklich schön aus wie Bruce Banner. Man beachte die Feinheit. Man hat hier auch noch die Axt. Die kann man nicht rausnehmen. Den Arm kann man auch nicht bewegen. Den Kopf schon. Komplett. Kann man aufmachen. Das ist ein Salzstreuer. Unsinn. Nein, geht nicht. Das ist der Hulk aus Thor Ragnarök. Thor 3, Tag der Entscheidung. Dann haben wir noch ein T-Shirt. Ich mache mal ein bisschen Platz. Ein schönes T-Shirt von Russell. Hier. Ein schönes Militärgrün. Und drauf haben wir ein Motiv von G.I. Joe. Das ist glaube ich der, ja da steht es ja, Codename Snake Eyes. Das ist der Ninja aus der Reihe G.I. Joe. Hier unten steht es auch nochmal drauf. Und hier oben im Kragen haben wir auch noch G.I. Joe stehen. Und dann haben wir hier noch den Anhänger. G.I. Joe. Hasbro. Die Serie wurde, oder die Filme, die wurden auch nach drei Teilen eingestellt. Schade eigentlich, weil die fand ich ganz gut. Also den ersten jedenfalls. Jedenfalls deutlich besser als Transformers. Ist aber Geschmackssache. So, und dann haben wir hier noch eine Pop-Figur. Noch ein Hulk. Ja, ich sag mal gut. Wenn es schon um Combat geht, ja. Dann ist der Hulk ja eigentlich genau das, was man braucht, ja. Die einen haben eine Armee, die anderen haben einen Hulk. Das ist die Nummer 379. Und das ist diese Goldfigur. Ein Hulk in Gold. Die Funko-Pop-Figur des Hulk. Ein Bubblehead. Das heißt, eine Wackelkopf-Figur. Auch die packen wir aus. Oh, der ist auch richtig, richtig cool. Jämmerlicher Kanal. Smash. Der Hulk als Bubblehead-Figur von Funko-Pop. Muss man ein bisschen aufpassen, sonst... Na, die Köpfe fallen zwar nicht ab, aber ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Hier sieht man auch die Feder. Das war's. Das war die August-Box mit dem Thema Combat. Wir haben eine Bubblehead-Funko-Pop-Figur des Hulk. Wir haben einen Hulk aus dem Film Thor Ragnarök. Einen Iron Man aus dem Film Captain America Civil War. Einen Mega Man. Und... Ein G.I. Joe T-Shirt. Einen ist ein K组. Und Oscars. Einen... Einen... Du... Ich bedeutet... Einen...